ARD Text im Auftrag von Funk Papa? Emma, du bist schon da. Wer sind Sie eigentlich? Das ist meine Tochter aus Amerika. Und wie ist es, deine Tochter wieder im Haus zu haben? Ja, anders irgendwie. Schön. Das ist schön. Das glaube ich ja jetzt nicht. Das kann ja auch nicht wahr sein. Macht das FBI jetzt hier Betriebsausflug oder was? FBI? Ich mache mich hier zum Respekt der Region. Weil Ihr Vater und Sie auf dem Wanderfahrt eine Leiche verloren haben. Nicht verloren. Ich glaube, sie wurde geklaut. Wenn 100 Meter weiter da drüben gestorben wäre es nicht mehr unser Problem, sondern das, unser Kollegen. Aber nein, hier muss er liegen bleiben. Emma, schau mal, wer da ist. Hallo Mama. Kevin. Was wissen wir schon, was zwischen Menschen wirklich passiert? Und was ihre Geheimnisse sind? Ich mag dich. Sei du hier bis jetzt drei tot, ist doch nicht normal. Du gefährdest den Ort. Ja. Das wäre toll.